48 cm großer Dainichi Sank, sehr großer Felsch, sehr schöner, dicker, fetter, runder Schädel, schöne Schnauze. Leider sieht man hier im Weiß so ganz leicht angedeutet diese orangenen Schatten. Seht ihr das? Das war schon sehr viel stärker, ist jetzt gerade in der Hälterung zurückgegangen. Kann sein, dass es sich verliert, ich weiß es nicht, aber ich muss es erwähnen, weil so wie es ist oder wenn es stärker wird, wäre es ein starker Minuspunkt bei dem Fisch. Ansonsten ist der Fisch toll, groß, schön von der Aufteilung her, schwarz und rot ist gut und vor allen Dingen der Body ist gut. Schöner, riesiger Kopf, alles gut. Wunder gebracht bis zum Versand, KT3.